Die Hupfer Pop-Up Expo gefällt mir sehr gut. Ich finde es ein sehr gutes Veranstaltungsformat, um die Firma Hupfer, die Produkte, die Produktion hier am Standort und die Mitarbeiter von Hupfer kennenzulernen. Die Hupfer-Up Expo gefällt mir sehr gut. Für mich war das Highlight die Werksführung. Ich fand es schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft hier auch Automatisierungslösungen vorangetrieben werden, um sozusagen den Produktionsstandort in Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. Ich fand es schön, sich hier vernetzen zu können. Ich bin mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen und habe auch einige Dinge lernen dürfen. Ich bin mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. It's been a fantastic day meeting many people from all over Europe, learning about the products that Hoof have to offer and many insights into innovations that are coming in medical devices and sterilisation. It's been a great day.